Willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit dem Kapuze-Wurm, dem Dalukat und der Lu. Hi! Und die Anne ist auch wieder da. Die Anne da? Ja, die Anne ist da. Hat sich reingeschnitten, geschlichen. Und die Mama hat nen Bart, ey. Mit meinen 1700 Punkten. Ja, du wirst jetzt hier voll hochgezogen. So, wir sind am... Kurz zu klagen, wir sind im Call of Duty Flughafen. Aus Monomar 2 oder wie der heißt. Nee, nee, das hier ist der... Wie heißt der denn nochmal? Call of Duty Flughafen aus Monomar 2. Nee, nee, die Frau Krämer fliegt hier auch immer. Die Frau Krämer fliegt auch immer, ja. Ich bin so aufgeregt. Ich mag den. Ich hasse diesen Flughafen. Eine der besten Strecken. Wo fliegen wir eigentlich hin? Ja, wir ja nirgends, wir fahren ja dem Dingens hinterher, dem Flugzeug. Ja, aber... Warum sind wir da eigentlich hier? Weil wir sind spät hier. Könntest du bitte die Story erklären? Die Story. Das Problem ist, wir können von unseren Motorrädern und Karts nicht absteigen. Und das wissen die Charaktere nicht. Und deswegen lassen die uns da nicht rein. Achso, danke. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Ja gut, das ist... Zehnter bin ich. Wie findet ihr das? Das geht, oder? Also dann bist du noch vor Lu. Sind bei den alten Mario Kart Teilen nicht sogar nur 8 Leute mitgefahren? Ja. Damals in 1460. War das noch nicht nur 8 bei? Ich weiß es nicht. Ich mein 8 war immer das letzte Mario Kart. Ja, ich war auch in dem Spiel noch nie hinter Platz 8. Jajajaja. Da redet er wieder grob. Ich dachte das wär auch so ein Spiel, wo nur 8 mitfahren können. Da kommt die weiß-rot-weiß-rote Gefahr. Was du immer in 8 Leute räumen. Genau, nur in die Räume. Oh, da hat er die Dalo, ich sie in die Bomb gefahren. Du bist in die Bomb gefahren. Du bist in die Bomb gefahren. Ah, scheiße. Ich bin auch cool durchgefahren, aber doch im Panzer. Scheiße. Oh, Elfter. Oh, jetzt bist du aber hinter Lu. Ja. Das hat er aber gelitten. Au. Ich bin schon ein bisschen traurig, muss ich euch sagen. Was hast du denn da? Ja, ich werd gebumst. Was? Was? Das ist nicht fair. Warum nicht von mir? Tja, denk mal drüber nach. Letzte Item, Leute. Willi, wie kommen? Nein! Nein! Oh Gott, der blaue Panzer war nicht gemein. Wer war das? Anne! Fährt mit'n Stern rein! Ja, da sieht man mal wieder, was das Kart ausmacht im letzten Mal. Hey, wo wart ihr denn, ey? Das ist, ich verfluche dich. Klaas denn im Park wachsen als Frau. So. 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 Oh, die Anne, weißt du, fährt mir vor. Du musst dich ja noch einfahren. Du musst dich ja noch einfahren. Ist okay. Noch, noch hast du die Augen rein. Du musst am Ende nur vor Kapuze sein. Das ist das Einzige, was das zählt. Ja. Tretet meine Gefühle noch. Steigt doch drauf. Ich geh in die Disco-Bahn jetzt. Ich finde, Mom sollte sich rasieren, ey. Der Bart unten. Das ist aber ein Kerl, ne? Wer ist denn Mom? Der ist mit dem Leader-Shirt. Das ist ein Kerl, ey. Das ist ein Mädkerl. Das ist ein Bart. Der hat einfach nur ein Doppelkinn. Doppelkinn? Nee, der hat ein Bart. Ein Stoppelbart. Aber der hat ein Kleid. Warte mal. Ja, wenn der es reicht. Nein. Aber ich denke mal. Wie kann das sonst sein? Oh, das ist doch B-Land. Das ist doch B-Land. Das ist doch B-Land. Der Metalhead, ey. 6500 Points hat der Jack. 7000, der Luke. Der Jack-Dollar-Dollar-Dollar-Dollar-Dollar. Mom hat 7000, ey. Deswegen hat er für Mario Kart gespielt. Deswegen hat er sie auch nicht rasieren können. Wann geht's denn los? Ich hab ja noch nie gesehen, dass da so so regenbogenfarbene Schneeflocken überm Ziel sind. Okay. Das sieht man nur von ganz hinten. Ich dachte, wir haben die Disco-Dings. Ach so, von ganz hinten sieht man das nur. Okay. Mit dem Bumerang der Liebe. Mit dem Bumerang der Liebe. Anne hat mich in die Shy-Guys geschubst, ey. Bumerang der Liebe, Mom. Oh, shit. Ich analysiere jetzt hier das Fahrverhalten von Jack. Er nimmt erst mal das Turbo-Bike. Schwarze, Slicke-Wheels. Oh nein. Den kenn ich da auch. Schmeiß doch die scheiß Panzer. Schmeiß doch den Roten da, Anne. Ah! Ah! Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von Sabela. Oh, Entschuldigung. Ist unten besser da, Lu? Ist unten besser? Ja. Weck mich, kriegst du den Panzer weniger? Was? Ich hab dir meinen Panzer erleichtert. Soll ich dich auch machen? Ich seh nichts, ich seh nichts. Nein, nein, nein. Das war ich. Ich hab echt nichts mehr gesehen. Ach Gott, ich bin Letzter, ich bin Achter. Ja, toll. Weil ich sehr ausgelöst hab. Achter ist Letzter, aber da bist du jetzt gleich. Ja, ja, ja. Ich leg mich in die Kurve. Heute hab ich Musik, weil ich nur auf dem Gamepad spiel. Das ist ja ein richtig Luxus. Hast du letztes Mal auch gemacht? Das ist ne Luxusfolge. Aber diesmal hab ich so ne Kopfhörer angeschlossen. Ah, richtig. Der Fuchs, ey. 100x100 Pixel hier nur. Wenn ich auch noch die Platzierungen sehe. Geh weg da, du Wurm. Du kannst mein Haar, wenn sie... Jawohl, da kommt der Blaue. Der war für die Pfiff, nur für dich. Danke. Der trifft mich aber gerade nicht. Ich weiß. Ich werde nur von allem überholt. Einfach so. Nur beim geradeausfahren. Oh nein, da wollte ich doch nicht. Ah! So traurig. So, Lakito ist erstmal raus aus dem Rennen, weil alle haben Pilze. Lakito hat nichts. So. Der hat jetzt auch Pilze, aber es nützt nix. Weil alle einfach schneller sind als ich. Es ist so traurig. Boah! Du darfst ja auch Lakito nicht nehmen. Ja, aber Lakito! Und Kapuze ist auch raus. Wer war das? Wer war das? Du wurdest von Negradozer gefressen. Negradozer? Negradozer? Guck mal, wirst du viert und du kriegst ordentlich Punkte jetzt hier. Nein! Ich bin auch überholt! Oh! Oh, ich bin neunter! Du bist glaub ich trotzdem ordentlich. Luke ist letzter geworden. 20 Punkte auf dem fünften Platz kriegt, sobald sie keine Punkte hat. Wir hatten drei Zuschauer. Kapuze hat auch noch zugekommen. Ich hab noch zugeschaut. Ich wollte wissen, wie ihr das macht. Und dann wollte ich's auch so machen. Jetzt hast du was gelernt, ne? Da hab ich was gelernt, ne? Da hab ich was gelernt. Ah! Was wäre denn schön? Dein blöder... Tenden... Also die Rotzpläme... Sollte sich der Dollar-Typ mal abrasieren, ey. So, warte mal. Schau mal, ne... Oh, ich will Halo drücken! Warum kann ich nicht Halo drücken? Weil alle schon gevotet haben. Oh je, ich will auch Halo drücken. Ist das der Klee? Ich glaub das ist auch wieder da. Sieht aus wie der Klee, ja. Ja, der gelbe Junge da, ne? Ja, ist da. Klee? Wer ist Klee? Also den kennst du ja? Der war auch letztes Mal dabei, wo du auch dabei warst. Bald haben wir nur noch Zuschauer... Bald haben wir nur noch Zuschauer in den Rennen. Dann kommen wir selbst nicht mehr in die Räume, weil sie alle nachscheunen wollen. So, Leute, willkommen! Muss ich den Graber rennen? Ich weiß auch nicht, warum die um noch... Neun Uhr morgens ist am besten. Da sind die Motoren noch frisch. Da ist die Strecke noch nicht so abgenutzt. Die Gute geht nicht an. Ah ja... Du kannst gehen. Das Leben ist schwer. Ja? Ah ne, Anne fährt schon mit Metal Mario, ey. Oh shit! Ja, aber ich fahr auch mit Metal Mario. Du fährst mit Metal Mario? Und Fehler bei Datenübertragung. Oh ja. Echt? Du fährst mit Metal Mario zu connecten. Nein! Oh! 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 Die Musik ist schön da. Ich hab'n schwarzen Bildschirm. Ich hab'n schwarzen Bildschirm. Einen schwarzen Bildschirm? Ja! Gibt's mir noch 30 Panzer? Nein! Die Lu hat mich überholt. Ich glaub's nicht. Wie machst du das? Wie machst du das? Ist der vor mir echt HB Cooper? Was? Ups! Neu, wie sieht's aus? Ich riskiere jetzt was, ey. Komm jetzt gleich. Neu! 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 So, fahr' ich noch mit eigentlich bei euch? Äh, kann ich jetzt grad nicht mitmachen? Ja! Du bist aber Letzter! Wie immer! Ne, ne! Ich hab' hier Beweise und hier nochmal Einblendungen, wo Kapuze Letzter wurde. Nein! Nein! Hier! Da! Und da! Oh! Da! Keine Sorge, ich werd' schon Letzter! Da ist der Siebter! Jetzt hol' ich dich alle ein! Siebter! Drei Leute sind rausgeflogen! Ja! 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 Du bist ja Vorletzter! Der Dawe! Jetzt geht's nur! Au! Was ist jetzt mit dem Blauen passiert? Kapuze! Richtig schlecht! Du bist weg! Richtig schlecht! Ich bin auf dem Blauen Panzer gelandet! Ich bin auf dem Blauen Panzer gelandet! Auf der Strecke müsst ihr fahren! Achso! Runterspringen hab' keinen Sinn! Warum bist du denn so weit hinten? Weil ich dumm gefahren bin! Das ist ein spannendes Race, sag' ich euch! Luhuuu! Na toll! Weißt du? Da ist mal 8 Daumen! Was kriegt man? Einen Pilz! Und dann fährt man noch gegen die Wand! Wenn man's kann! Luhuuu! Siebter! Wow! Mir fällt der Bart ab! Elf Punkte noch! Kriegen aber noch alle Plus hier! Jetzt war's dritte Rennen! Alle Plus, ja! Ne, äh, Lalo, bist du noch mitgefahren am letzten? Nein, nein! Wie denn? Du kannst doch wenn du rausfliegst nicht wieder mitfahren! Ach! Aber jetzt bist du wieder drin! Jetzt ist er drin und im nächsten Part fährt er wieder mit! Okay! Jetzt riskiere ich was! Okay! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Nein! Ist das noch eine Strecke oder nicht? Das waren nur 3! Das haben wir 3 schon gemacht! Was war denn die erste? Hä? Äh? Wasser! 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 Das war doch die Teststrecke! Das war Wasser! Jetzt hat 2! Die Wasserstrecke war doch die Teststrecke! Dann fahren wir noch eine! Komm! Wir waren noch eine hier! Hier! Hallo! Kann doch sein, dass ich nicht gerade im Tour! Der Wasserpark war die Teststrecke! Da hat Kapuze den Sound getestet! Stimmt! Nein! Ich glaube wir haben trotzdem 3 schon! Nein! Doch! Ich hab schon! Aber ist egal! Jetzt hast ja keine Ahnung! Ich hab recht! Du nicht zu oft! Also können wir eigentlich bei mir bleiben! Hahaha! Finde ich sehr gut! Boah! 9000 hat der schon! Krass! So Leute! Jetzt geht's los! Jetzt sind ready! Was kommt? Ist das die Abfahrt? Das ist die Abfahrt! Jetzt ey! Mit meinem neuen Setup hier! Was hat er denn da für Setup? Waluigi Cup Setup? Oh! Nein! Ich bin kein Waluigi hier! Bist du Daisy, Alder? Mit dem Jetbike? Jetzt geht's los hier! Bist du Daisy? Ja! Die Strecke! Warum? Hab ich gerade gesehen bei jemanden der 6000 Punkte hatte! Kann nur gut sein! Das kann nur gut sein! Was? Das macht man so! Dieser Jack Dolla fährt ja auch ne Daisy! Ja ja! Alle Profis machen das! Oh gut! Hör dich! Ich bin neuer da! Findet sie gut? Ach das Jetbike driftet so kackig! Ich werde auf jeden Fall Letzter werden! Es geht so direkt in die Kurve! Das ist doch geil! Nein! Das ist richtig behindert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was fahr ich denn? Da ist die Lu! Aha! Okay! Vielleicht kannst du mir dann nächstes Mal berichten von irgendwelchen Abkürzungen, die noch keiner kennt! Ja! Total! Aber ich fahr gerade auch nicht besser! Oh Gott! Ich fahr auch scheiße! Was ist denn los? Die Chakren spielen verrückt! Die Chakren? Die Chakren? Ich hab die... Ey das ist doch ein Witz mit dem Bike! Ich drifte schon immer so 20 Minuten vorher, wenn man das mit meinem... Ah! Was war das denn? Wer denn nu? Wolltest du mich dann lieber holen? Ich weiß nicht! Ich wollte schwimmen gehen! Oh! Oh! Du hast geschossen! Nein! In den Abgrund ist sie gefahren! Sie wollten mir ausweichen und sind in den Abgrund gefahren! Ich glaub ich... Ich hab einfach ne Abkürzung! Ich kenn ne Abkürzung! Ich muss euch glaub ich sagen, dass ich heute erster werde! Ich hab die mystische... Ursula angerufen und die hat mir gestern Karten gelegt! Und die meinte, dass ich erster werde! Ja! Heute ist der Tag! Hast du doch bezahlt für diese Lüge! Stimmt du Scheiße! Das ist neun! Du hast gelogen! Gelogen! Toller Stern, der so nützlich ist! Dieser Stern wird so nützlich sein! Ich kann echt nicht wahren! Was ist das? Ich bin neunter! Auf der... Ey, ich hasse das! Alter! Das schmeißt den Bob aufm Flossgesicht! Auch wieder mein professionelles Set ab! Ich glaub ich bin... Du bist so weit hinten, dass du einen Bullet-Bild brauchst! So weit hinten! Du hast selbst noch einen Bullet-Bild! Du bist wirklich noch hinten! Gott, was du aufgeholt hast! Das... Oh Gott! Oh, das gibt's doch nicht! Wow, wie ist denn der rote Panzer jetzt an allen vorbeigeflogen! Oh Gott! Wie kann man nur so schlecht sein? Oh Gott! Wie kann man nur so schlecht sein? Nee! Ach dann noch! Träumen weiter, Lu! Ich wollte ihn noch rammen! Ich wollte ihn noch rammen! Ich wollte ihn noch rammen! Ja, ja! Ich hab extra noch abgebogen nach links! Oh Leute! So, jetzt war's nochmal drei hier! Ja, jetzt aber vorbei! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Macht's gut, Leute! Tschüss!